Was ist eigentlich eine prozessuale Tat? Für den Begriff der prozessualen Tat gibt es eine Definition, die wir uns zunächst einmal anschauen wollen. Eine prozessuale Tat ist demnach ein nach der Lebensauffassung zu bestimmender, einheitlicher, geschichtlicher Vorgang. Wir brauchen also einen engen Zusammenhang und dieser Zusammenhang kann begründet sein durch eine sachliche, eine räumliche und oder zeitliche Komponente. Insgesamt geht man davon aus, dass eine prozessuale Tat immer dann vorliegt, wenn die Aufspaltung des Vorgangs als unnatürlich empfunden würde. Nun ist diese Definition denkbar weit und deswegen stellt sich die Frage, ob es nicht vielleicht eine Orientierungshilfe gibt und in der Tat, die gibt es, nämlich den materiell-rechtlichen Tatbegriff. Beim materiell-rechtlichen Tatbegriff unterscheiden wir zwischen Tateinheit gemäß § 52 StGB und Tatmehrheit gemäß § 53 StGB. Wenn Sie mehrere Delikte haben, die zueinander in Tateinheit stehen, dann liegt in der Regel auch nur eine prozessuale Tat vor. Stehen die Delikte hingegen in Tatmehrheit zueinander, dann liegen in der Regel mehrere prozessuale Taten vor. Aus dem Begriff in der Regel können Sie ersehen, dass es Ausnahmen gibt und es gibt ein paar prominente Ausnahmen, die Sie kennen sollten. Zunächst mal eine Ausnahme zur Tateinheit. Hat sich jemand strafbar gemacht wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und zugleich strafbar gemacht wegen einzelner Taten, die er während dieser Mitgliedschaft begangen hat. Dann stehen diese Taten zur Mitgliedschaft in Tateinheit. Gleichwohl stellen Sie mehrere prozessuale Taten dar. Eine Ausnahme zu dem oben genannten Grundsatz bei Tatmehrheit ist zum einen die alkoholbedingte Verursachung eines Unfalls im Straßenverkehr mit anschließender Weiterfahrt. Fährt also ein Täter alkoholbedingt einen Radfahrer auf einer Landstraße an, steigt aus, stellt fest, dass er schwer verletzt ist und Hilfe bedarf, dann aber wieder ein und fährt weiter. Dann ist bis zur Kollision und nach der Kollision unterschiedlich zu beurteilen. Das heißt, die Taten, die der Täter bis zur Kollision verursacht hat, stehen in Tatmehrheit zu den Taten, die er nach der Kollision verursacht hat. Alles zusammen ist aber gleichwohl eine prozessuale Tat. Das nächste Beispiel kommt aus dem Bereich der Brandstiftungsdelikte. Brennt ein Täter sein eigenes Gebäude ab und meldet den Schaden anschließend bei der Versicherung. Dann hat er sich zum einen gemäß § 306b Absatz 2 Nummer 2 strafbar gemacht, darüber hinaus aber auch gemäß § 263 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 5, jedenfalls im Versuch, wenn er den Schaden meldet. Beide Delikte stehen zueinander in Tatmehrheit, bilden aber eine prozessuale Tat. Und jetzt stellt sich die Frage, wofür ist dieser prozessuale Tatbegriff eigentlich wichtig? Er ist zum einen wichtig gemäß § 264 SDPO für das Urteil. Denn aus § 264 SDPO ergibt sich, dass Gegenstand des Urteils nur die in der Anklage bezeichnete Tat ist. Nehmen Sie also an, im Brandstiftungsfall wurde der Täter nur wegen der Brandstiftungsdelikte angeklagt und in der Hauptverhandlung stellt sich nun heraus, dass auch ein Versicherungsbetrug begangen wurde. Dann kann das Gericht diesen Versicherungsbetrug nur dann aburteilen, wenn er Gegenstand der in der Anklage bezeichneten Tat war. Wie wir gerade gesehen haben, wäre das zu bejahen. Dann ist die prozessuale Tat wichtig für den Strafklageverbrauch. Aus Artikel 103 Grundgesetz ergibt sich der Grundsatz nebis in idem. Niemand darf wegen derselben Tat mehrfach verfolgt werden. Ist also ein Urteil ergangen und abgeurteilt wurden nur die Brandstiftungsdelikte und stellt sich später heraus, dass der Täter auch einen Versicherungsbetrug begangen hat, dann kann dieser Versicherungsbetrug nicht mehr angeklagt werden. Und letztlich ist auch noch an die Paragraphen 154 bzw. 154a StPO zu denken. Danach kann eine Teileinstellung erfolgen bzw. die Staatsanwaltschaft kann von der Verfolgung absehen, je nachdem, ob es eine oder ob es mehrere prozessuale Taten sind. Wir merken es also im Ergebnis. Bei der Bestimmung der prozessualen Tat orientiert man sich am materiell rechtlichen Tatbegriff. Darüber hinaus gilt ein einheitlicher geschichtlicher Vorgang, der mit guter Argumentation bejaht oder verneint werden kann.